Die Hälfte einer Woche ist nach dreieinhalb Tagen vorbei. Hier sind natürlich dreieinhalb Jahre gemeint. Jetzt müssen wir nur noch rechnen. Der Erlass des Artaxerxes wurde im Herbst 457 v. Chr. gegeben. Die 483 Jahre reichten bis in den Herbst des Jahres 27 n. Chr., als Jesus getauft wurde. Dreieinhalb Jahre später führen uns ins Frühjahr 31 n. Chr., als Jesus als das Osterlamm am Kreuz für die Sünden der Menschen starb. Der Vorhang im Tempel zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Tempels zerriss. Ein übernatürlicher Vorgang, denn es wird betont, dass er von oben nach unten zerriss. Das würde folgende Rechnung möglich machen. 457 v. Chr. ist der Beginn beider Zeitperioden, der 490 Jahre und der 2300 Jahre. 490 Jahre später landen wir im Jahr 34 n. Chr., das Jahr, in dem Stephanus als der erste Märtyrer hingerichtet wurde und der gottgesandte Messias endgültig abgelehnt wurde. 490 m. Chr. deren